Guten Morgen. Italiens Regierungschef Enrico Letta wird heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Letta reagiert damit auf den Rücktritt von fünf Ministern der PDL von Ex-Premier Sevilla Berlusconi. Mit diesen Abgängen sind nicht alle PDL-Abgeordneten einverstanden, während Berlusconi neue Wahl fordert, als Parteichef... Das ist Avira! Ja! Znowu. Nie wiem, dasselotare wird im Großen. Und das ist ein Parkplatz für mich! Ja, das ist ein schöner Parkplatz! Znowu. Przepraszam.